Herr Landtagsabgeordneter, wie stehen die Chancen für die Landwirtschaft in den nächsten fünf Jahren und was kann die Politik dazu beitragen? Die Landwirtschaft steht vor großen Chancen in der nächsten Zeit. Wir haben auf der einen Seite die Frage der Versorgung. Wir sollen beste Lebensmittel produzieren, höchste Qualität produzieren. Wir brauchen Futtermittelproduktion. Wir haben die Frage der Energie zu lösen. All das steht als große Aufgabe vor der Landwirtschaft. Wir haben zum anderen natürlich einen Rahmen, den wir zur Produktion benötigen. Umweltschutz, Wasser, Naturschutz, Tierschutz, all die Themen, die uns direkt in der Produktion betreffen. Für das ist die Politik mitverantwortlich. Wir müssen schauen, dass der Rahmen passt. Investförderungen geschaffen werden für die Betriebe. Nicht zuletzt die Frage des Einheitswertes gelöst wurde. Auch die Frage der steuerlichen Behandlung von Betrieben. Wir haben ganz einfach hier eine Entwicklung, die sehr, sehr positiv ist. Ja, wenn man Ihnen so zuhört, Sie sehen das Ganze sehr positiv. Aber wie reagiert die Jugend in der Landwirtschaft auf die Zukunft? Die jungen Leute nehmen diese Herausforderungen voll an. Wir haben letztes Jahr eine Diskussionsrunde mit der Jugend gestartet. Und die Jugend sagt, wir wollen produzieren. Wir wollen Betriebe, die in der Produktion stark gerüstet sind. Keine Streicheltiereinheiten, keine Streichelzobetriebe. Wir wollen produzieren in einem Rahmen, der dies ermöglicht. Und die Jugend ist auch positiv gestimmt im Hinblick auf die Entwicklung. Und das macht mich sehr, sehr positiv für die Zukunft. Nach dem EU-Beitritt war ja die Stimmung bei den Bauern nicht unbedingt die beste. Aber jetzt ist auch der Agrarpreisindex gestiegen. Wie schlägt sich jetzt das auf die Stimmung nieder? Die Landwirte waren mit dem EU-Beitritt sehr, sehr skeptisch. Es war eine große Frage, wie geht das weiter? Da kommen die Gelder, wie schaut es aus in den Möglichkeiten der Produktion, im globalen Wettbewerb. Es waren eigentlich viele, viele Fragezeichen. Und die Bauern und Bauern haben Sorge gehabt, ob es positiv weitergeht. Heute, 17 Jahre später, kann man eigentlich sagen, es ist eine positive Stimmung spürbar. Die Bauern und Bauern haben zum einen natürlich gemerkt, die Produktion ist wieder gefragt. Es ist auch vieles aus der Produktion, gerade im Hinblick auf bäuerliches Denken, wiederum in Mode gekommen. Und vor allem die Situation, dass die Preise steigen, der Index sagt ja das aus, zeigt auch, dass natürlich ein Mehr an Produktion auch zugleich heißt, dass man damit auch Einkommen erzielen kann. Und das ist wesentlich. Also der Bauernstand geht einer guten Zukunft entgegen? Der Bauernstand hat viele Herausforderungen für die Zukunft zu lösen. Das heißt, Lebensmittel zu produzieren. Das heißt, letztlich den Tank zu füllen, Energie zu produzieren. Und das heißt, schlichtweg auch für die Sicherheit, für die Versorgungssicherheit in der Region zu sorgen. Das werden unsere Bauern und Bauern annehmen. Das werden sie schaffen. Die Bauern und 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 Bauern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017